Eine besondere Falte, die sehr störend wirken kann, ist die Falte auf der Nase selbst, die Querfalte, die bei Brillenträgern schon mal sehr auffällig ist, aber auch bei älteren Patienten, wo die Stirn etwas heruntergefallen ist und da eine sehr starke Kante bildet. Und hierfür gibt es eigentlich keine große Sorge, die man tragen sollte. In den meisten Fällen können wir hier mit einem einfachen Eingriff weiterhelfen. Ich denke, hier sollte man immer einen plastischen Chirurgen konsultieren und der würde dann die richtige Behandlung auch anraten.